Heute ist der große Tag, auf den wir sechs Jahre hingearbeitet haben. Wir geben NEFS bekannt als Auftragsführer. Wir bauen das erste in Serie gefertigte Solar Electric Vehicle. Er wird in Europa produziert. Er wird zu dem Preis produziert, den wir auch versprochen haben. Wir haben einen starken Partner mit einer starken Vision in einer nachhaltigen Produktionsstätte. Wir haben ja mit dem Release-Vend auch ein Versprechen abgegeben. Wir haben den Leuten gesagt, hey der Sion kommt auf die Straße zu den und den Konditionen. Was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass wir eine wichtige Entscheidung treffen mussten. Wir hatten auf der einen Seite das Thema Timing, also schaffen wir den Zeitplan und auf der anderen Seite das Thema Kosten, Umwelt, Nachhaltigkeit, soziale Standards, wie wird der Sion produziert. Wenn man sich mal anschaut, in was für einem Verhältnis das steht, dann muss man sich überlegen, diese Partnerschaft geht ja mindestens über acht Jahre. Und wenn man sich dann anschaut, was auf der Gegenseite ist, ein Timing von zehn Monaten, dann muss man ganz klar sagen, geht man doch lieber den Weg, dass man acht Jahre lang ein nachhaltiges Projekt hat mit einer guten Logistikstruktur. Und wir haben uns dann entschieden zu sagen, hey, es geht hier wirklich, die Sache voranzutreiben und eine Veränderung zu bewirken und nicht alles über Knie zu brechen und das Timing zu halten. Die drei wichtigsten Gründe bei der Zusammenarbeit mit NEV sind zum einmal sicherstellen, dass wir unser Fahrzeug zu dem aggressiven Preis von 25.500 Euro auch anbieten können. Nummer zwei ist das Thema Kapazität. Im Zweischichtbetrieb produzieren wir zur Kamm-Linie 43.000 Fahrzeuge im Jahr. Und als drittes und aus meiner Sicht auch das wichtigste Thema NEV ist, wie wir sehr orientiert ökologisch richtig zu produzieren. Und wir haben eben die Möglichkeit, dass wir hier auch hundertprozentig erneuerbare Energien in der Produktion selber haben. Ich denke, es sind zwei Dinge, die in diesem Programm sind unterschiedlich. Und das ist in der Body Shop, denn da haben wir einen Lumen-Space Frame concept. Die zweite Sache, ich denke, ist sehr, sehr wichtig, ist, dass wir nicht die Paint Shop überhaupt nicht benutzen. Und das wird viel Energie geben und das wird reduzieren die Kosten. Wir haben eine lange heritage und das bedeutet, dass wir seit 50 Jahren produzieren. Wir haben eine hohe Qualität und wir haben eine hohe Flexibilität und wir haben sehr viele Menschen. Wir haben super Unternehmen im Hintergrund, wie Continental und Bosch und große Names und Neves mit ihrer Erfahrung mit Saab und die Geschichte, die sie haben, ist absolut eine fantastische Lösung und perfekt für so eine coole Team. Und das ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Das ist gut News für Trollhattan. Ich meine, dass wir hier gebaut werden, ist was wir wollen. Das ist unser Heritag und das ist was wir hier wollen. So, building die Seon hier ist eine große Sache für uns. Es ist unglaublich, dass wir ein Teil von der ersten SEV produzieren hier in Neves produzieren. Ich weiß nicht, warum niemand gedacht, dass wir eigentlich solarpannersen direkt in die Fahrzeuge haben. Wir haben eine komplett neue Technologie geöffnet den vollen Fahrzeugen geöffnet. Und das ist für die erste Mal in der Geschichte, wir werden das eine sehr gute Produktion machen. Ich denke, dass wir jetzt ein großer Event in Automotive oder Transportverkaufgaben sind und das die ganze Welt verursachen. Ich bin der dritte Generation, in der in dieser Lande. Ich habe meine erste Sommer-Job hier als 16 Jahre alt. Hier als Verwanderer. Mein Vater hat hier gearbeitet für 42 Jahre. Und bevor ihm, sein Vater. Vielleicht mein Vater, der jetzt sechs Jahre alt wird auch hier. Das ist sicher, wie du. Trollhättan ist gut für Seon. Neves ist gut für Seon. Nun Jest gut für Seon. Vielen Dank.